Hallo liebe Lakers Fans, ich bin Patrick Lannicke, Sicherheitsverantwortlicher vom STRI. Ich nehme euch heute einen Matsch lang mit hinter die Kulissen für Sicherheit, dass ihr mal schauen könnt, was alles zur Sicherheit gehört und was wir alles machen, dass unsere Zuschauer mindestens so gesund wie sie gekommen sind, auch wie zu Hause kommen. Viel Spass und bis später. Bevor es losgeht und wir die Leute ins Stadion lassen, wird eine Stadionrunde gemacht. Wir kontrollieren alle Notausgänge und um das Stadion herum haben wir im Moment eine Baustelle. Dort wird kontrolliert, dass alle Notausgänge genug breit sind und nicht von irgendwelchen Baumaterialien verspält werden. Das nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, aber ich nehme euch nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir haben extrem viele Gespräche im Vorfeld und die Zaunfahner darf uns reinnehmen, drei Stück. Und wenn alles funktioniert, treibungslos bis zum Einlass, geht uns aus dem Megafon Internet. Willkommen zum letzten Regular Season Spiel, Saison 2022. Wir haben noch ein bisschen Umbri hier, für sie geht es um nichts mehr. Für uns geht es dann doch noch um den dritten Platz, dass wir uns die Hoffnung auf Hockey Champions League behalten können. Wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Ambri nach den letzten Vorfällen, die wir hatten. Das haben wir ja alle mitbekommen, wo wir dabei waren. In einem Punkt ist es, wir können den ganzen Tag mitbekommen. Wir sind schon mal ein bisschen auf den Weg, dass es nicht Masse platzieren kann. Aber wir werden z.B. in den letzten Wochen wiederbauern, dass es schon ein paar Tage wird. Untertitelung. BR 2018 So, wir sind bereit, im zweiten Drittel noch 16 Minuten zu spielen. Wir führen unterdessen 4-0. Gute Geschichte. Die Stimmung ist super. Das Stadion ist gut verkauft. Und jetzt nehmen wir noch den Rest und schauen, was alles noch so passiert. So, zwei Drittel sind gespielt. Ich glaube, unterdessen führen wir 7-1. Jetzt gehen wir in Richtung Abspracherapport mit allen wichtigen Parteien. Schauen, was ist gewesen. Schauen, was machen wir weiter. Wie machen wir die Auslassphase. Dass alles gut läuft und nichts passiert. So, Spiel ist fertig. Wir gewinnen 7-4. Alles gut gegangen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen jetzt noch in die Schlussphase. Da gehen noch 6'20 Leute rein. Da können noch viel Umfeld passieren. Wir werden es noch fertig machen. Und dann melden wir wieder, wenn alle rein gehen. So, liebe ESRI-Fans. Der Match ist fertig. Wir haben Platz 3 in der Tabelle. Was wollen wir mehr? Wir haben 7-4 gewonnen. Super Stimmung hier in der Halle. Ambre hat noch ein bisschen länger gebraucht, bis sie nach Hause gegangen sind. Sie haben ihre Mannschaft verabschiedet. Aber alles gut gegangen. Es sind alle nach Hause. Keine Ausschreitungen. Keine Zwischenfälle. Keine Unfälle. Alles so, wie man sich das wünscht. Ganz ruhiger Match. Super Stimmung. Jetzt freuen wir uns auf Play-Off. Ich hoffe, wir sehen euch auch in der Play-Off. Kommen wir vorbei. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Danke. Ciao zusammen.